Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 10. Ausgabe der Griefer News. Der Streamer DemonicTV hat freiwillig seinen Streamerrang abgegeben. Im Team hat sich jedoch auch etwas getan. Nach über 3 Jahren hat der Administrator Vuki das Team freiwillig verlassen. Jedoch ist Ex-Moderator ein Giftlippenstift und Ex-Senior-Developer Cosmo HD zum Administrator aufgestiegen. Das Jobsystem hat die 1.8 Server nun auch erreicht. Testweise befinden sich auf CityBuild 17 und 22 am Spawn die NPCs dazu. Das System funktioniert wie auf der Cloud. Somit ist es nun möglich, Scam-frei zu handeln. 5 neue Weihnachtsmöbel sind nun herstellbar. Die Möbel-Guys wurden ebenso zu Custom-Blocks umbenannt und sind nun auch unter dem neuen Slash-Custom-Blocks-Befehl aufrufbar. Am 26. Dezember erscheint der Griefer Games-Film Akoro des YouTubers Golden Hand in 4K auf YouTube. Wir haben bereits exklusive Einblicke zum Fortschritt bekommen und ein Filmposter zugeschickt bekommen. Neben einigen Streamern sind auch Teammitglieder vertreten. Die Einblicke sind vielversprechend, also dürfen Sie gespannt sein. Auf dem Server sind bereits mehrere Weihnachtsevents von Clans am Laufen, bei denen man seine Wünsche einreichen kann. Der Event-Bereich im Forum ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Umherzündung